viel spaß die meines hat ernst geschichte wir sind ja wieder karl also wir machen jetzt mal einfach einen steck da wurde frech gekillt und ja ich kann auch raus entweder traurig von seinem mait wurde er auch gefressen oder von der wulscher ich fand diese massenwanderung das ist so geil alle erst nach unten alle wieder hochgeguckt war schon sehr wild also der erste könnte hier auch böse sein ne 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 also du callst jetzt hier nicht meinen namen random also erstmal der buzzer ist schon wieder totaler int also allein das auch zu buzzern ist gottlos wieder ne ne aber guck mal wie viele wartet denn da oben und wer wartet denn da oben ja vier oder fünf ja vier oder fünf ist das schon mal scheiße ich würde sagen es handelt sich um ne Kommazawa Cheesy war auch dort ähm das verstehe ich nicht außerdem verstehe es ja nicht ich glaube der ist das Warlock der ist das Warlock warte mal wo kommt der Warlock call denn jetzt her ist der du bist aber jetzt nicht bist du Chester und hast gebuzzert ne ne das würdest du nicht machen oder ne das wäre so gottlos jetzt ne das ist überhaupt anders man das kann ja kein er hat meinen Teammate da oben getötet ich kenne euch ohne dich jetzt es stimmt war ja auch noch ein Imposter ne am Ende ist der wirklich Chester stimmt der wurde da auch noch ein Imposter gekillt ja der wurde dann gekleent und dann nom 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 und dann oben in dem Moment waren Cheesy ich Voldemort ähm Terstor und Kendo ich treffe nur noch auf K je nachdem wann der Krieg an Kendo ich freue mich für andere Vergeltungen die Chesi stand auch noch bis längere Zeit was halten ey Junge du also Kendo ich vote dich jetzt für den Buzzer das ist kompletter Ind das ist kompletter Ind ja doch weil wir gar keine Ahnung haben wer es war und du konntest einfach random meinen Namen ja das war aber die Zeit schon mal den Schlüssel da stand warum nimmst du nicht die echte Verteidigung du bist 42 Kendo ey jetzt votet ihr mich boah Junge ey sag mal so ich hab dich gefressen und dich gekillt boah ich wollte schon sagen Fiebertraum boah er brauchte mich da jetzt nicht ich stand da rum weil ich gelacht habe weil ich es sehr lustig fand boah ich hasse ich hasse ich hab mich gekillt er hatte recht ja das war ein guter Kill das war ein guter Kill ja das war fast wir machen das nochmal wer könnte der ich glaub Katze war der Cleaner ne wir machen nochmal vor Katze jetzt vorm Kätzchen wo ist das Kätzchen wo ist das Feini Kätzchen so wo ist das Feini Kätzchen komm her Malöres ist tot jetzt müssen wir nur das Kätzchen finden weil jetzt müssen wir eigentlich nur hier warten so jetzt kommt hier bestimmt das Kätzchen raus oder das Kätzchen muss ja jetzt hier kommen oder nicht oder 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 und jetzt töten wir einfach Dito Junge, ist das eine geile Runde? Ich kack ab. Hier sind vier Leichen. Wir machen uns wieder unsichtbar. Okay, ich weiß leider nicht, wer jetzt der Frische war, weil als ich auf Lifeline gucke und wir waren drei Leute tot. Ich habe eine Prophezeiung noch, bevor wir die Runde machen. Smeggy, du wirst ein Ende im Tal des Friedens finden. Das ist alles. Das ist meine Prophezeiung für dich. Das finde ich schwierig. Wieso? Hört sich an wie eine Drohung. Tagebun, Shinojutsu. Also Chisi liegt auf jeden Fall in Lab. Wahrscheinlich liegen mindestens zwei andere auch in Lab. Und wer steht in Lab? Terste. Ich würde auch Terste gerne voten. Ja, nee, warte, warte. Warte, nicht jetzt direkt voten. Wir haben 18 Sekunden. Lass mir jetzt reden. Jetzt kriege ich wieder so einen Hals. Okay. So, warte, pass auf. Warum hast du nicht reportet? Ja, warte, erzähl ich jetzt. Pass auf. Ihr denkt jetzt, das ist verdächtig für mich, aber mit nicht den Freunde. Es ist nämlich genau umgekehrt. Ich stande da als Chamäleon und ich habe einiges gesehen. Ne, Knechti? Warte, Terste, ich hole kurz den Red Bull. Also, ja, warte kurz. Und einen Knoppers. Ist er wieder da? Was hast du denn gesehen, Terste? Also, Knechti hat nämlich da gekillt und zwar Chisi. Und hatte eine Blutspur hinter sich und ist dann in den Wend gesprungen im Lab. Ja. Genau. Also, Knechti. Erzähl. Pass auf, haben wir... Und an dem Punkt sage ich dann schon mal, du spielst irgendeine neutrale Rolle und du konntest einfach nur nicht schnell genug fressen, um zu gewinnen. Ich bin... Ne, 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 nix fressen. Aber warte, Knechti, damit reitest du dich doch in den Sass. Also, pass auf, Leute, jetzt hier an die Restlichen. Das mache ich schon seit der ersten Runde. Ich habe Vergeltung für meinen Kollegen gefordert. Ach, aha, guck mal, siehste, aha, er hat zugegeben. Also, wir müssen jetzt bitte Knechti bauten an die Restlichen, die noch nicht gebaut haben, ja? Das muss aber erst die Wölscher rausreißen. Knechti, Knechti. Können wir jetzt bitte Knechti bauten? Okay. Ja, natürlich, dann mich, oder was? Ich bin auch voll unschuldig. Ja, okay, ich habe Dito gekillt, aber... Ja, das war eine geile Runde. Ja, sicher, gewonnen. Ach, nee, verloren. Die Knechti, ich hätte als dein Mate gespielt die ganze Zeit über, aber du hast dich jetzt so ausgeliefert, da habe ich gedacht, da war ein Grei. Ich habe euch den Killer gegeben, ihr habt mich gewotet. Ach, Kendo war... Junge, Kendo, dass du da buzzerst, ist auch ekelhaft, ne? Boah, ist das... Boah, Junge, ist ja widerlich. Da frisst der Kaioken weg und buzzert dann, ist das ekelhaft. Habe ich schon gewundert, warum da oben bei vier Leuten keine Wölscher kommt. Der Grund, warum ich Terste nicht auf Wölscher essen würde, war, weil das meine Reaktionszeit überschrieben hat, zu Report zu drücken. Als ob Terste in der Zeit blickt, dass er essen kann. Was soll das denn heißen? Ich habe schon 18 Stunden an der Schüsseltask und killte einfach. Ja, ja, ja. Es gibt halt ein Unterschied zwischen Shooter-Spielern und Hardcore-Challenge. Von der Reaktionszeit. Das war aber sehr gut. Ich habe da einfach reingekillt. Ich dachte, sagst du, wir machen jetzt einfach mal einen Stack-Kill, richtig auf Oldschool. Stack-Kill auf zwei Leute. Habe dann halt nur vergessen, dass ich nicht Lights ausmachen konnte. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich Stack-Killen soll. Ich war so kurz davor. Ich stand ja da zu zweit, ne? Das war sehr, sehr geil. Ich hatte die schönste Fahrt in der Contamination oben. Auf einmal liegen Blätter neben mir und Knechti ist... Freunde, an der Stelle, ne? Das war doch eine richtig geile Runde, ne? Kinder, Freunde, schreibt bitte einen Kommentar und lasst ein Abo da. Auf allen Kanälen. Ja, vor allen Dingen auf Twitch, bitte, Freunde. Ich brauche einen T1-Sub, bitte. Für den Partner-Plus-Vertrag, okay? Ich küsse euer Herz. Tschüssi! Tschüssi!